Es ist Sonntagmorgen. Du wachst völlig verplant auf. Du wachst müde auf. Nein, du wachst nicht trinken. Nein, du wachst nicht Party machen. Aber du denkst dann, ich muss morgen wieder in die Arbeit. Das lange Ausschlafen ist vorbei, aber du bist nicht ausgeschlafen. Du hast auch nicht lange ausgeschlafen. Du liegst Sonntagmorgen um sieben, halb acht in deinem Bett und denkst dir, ich muss morgen wieder funktionieren. Ich muss morgen wieder arbeiten. Morgen wieder diese ganzen Nasen. Was mache ich da eigentlich? Und nach zwei Tagen Wochenende denkst du, ab jetzt wäre mein Kopf eher so, dass er noch ein paar Tage bräuchte. Aber nein, zwei Tage Wochenende reichen. Es war immer schon so. Aber du fühlst dich nicht mehr so, als würde es reichen. Du machst im frühen Alter schon Mittagsschläfchen. Du füllst die müde Stunden am Nachmittag mit einem Kaffeechen oder mit ein paar Energydrinks. Du nimmst vielleicht sogar Supplemente zum Schlafen wie Melatonin, dass du überhaupt noch funktionieren kannst. Dann schaust du dir die Fernsehwerbung oder die YouTube-Unterbrechungen an und denkst dir, ja, mein Algorithmus sagt auch, nimm das zum Schlafen, nimm das zum Wachwerden und nimm das für deine mentale Gesundheit. Und dann kommt auch deine Nervosität und Exxiety dazu. Ja, dann brauchst du noch Ashwagandha, um überhaupt noch beruhigt zu bleiben. Und wo findest du dich dann? Du findest dich irgendwann gelevelt und funktionierend auf einem Platz, wo du eigentlich gar nicht sein willst. Aber ich schätze, viele kennen diese Momente. Viele supplementieren dann auch mit, ich gehe jetzt täglich zum Yoga, ich mache jeden Tag eine Stunde Me-Time, was alles eine gute Sache ist. Aber warum kommt es überhaupt so weit? Warum findest du dich irgendwann in so einer Situation? Warum ziehst du dich gerne zurück? Warum stellen Situationen wie einfache Kauflandbesuche, ein einfacher Wocheneinkauf oder eine einfache Fahrt durch eine Großstadt wie München für eine große Herausforderung? Warum ist das so? Warum werden wir eher misantropisch? Warum ziehen wir uns gerne zurück? Warum sind wir ständig übermüdet, überfordert und down? Das würde ich gerne mal verstehen. Das ist ein Phänomen, das recherchieren momentan weltweit so viele Leute, warum du dich Tag und Nacht müde fühlst. Warum du nie ausgeschlafen bist. Und warum du deine Ruhe suchst. Ruhe. Das hört sich doch so gut an, gell? Endlich mal Ruhe. So eine einsame Insel. Viele romantisieren dann so mit einem Haus in Schweden. Nächster Nachbar 500 Meter und sonst keiner. Oder ich sage immer, es gibt eine Insel hinter Hawaii, wo die letzte Zeitzone überspringt an Silvester. Da kannst du Sachen anbauen. Da wäre ich gerne. Viele identifizieren sich mittlerweile als misantrop. Aber viele wissen nicht, dass der Ursprung auch bei sich selber liegt. Weil dein Kopf so voll ist. Weil dein Kopf Freiraum braucht. Weil dein Kopf entlüftet gehört. Oder ein Ölwechsel gemacht gehört. Das muss mal passieren. Du bist in einer Spirale aktuell, die toxischer nicht sein könnte. Und das ist dein Leben aktuell. Und da finden sich so viele von uns. Viele sehen das Leben von uns als Ameisenhaufen. So wenn ich mir einen Wohnblock anschaue, dann ist es doch wirklich so, dass wir in der heutigen Zeit einfach, wir stehen auf, wir checken unsere Social Media, wir essen unser tägliches Müsli, mit was auch immer du für eine Milch nimmst. Ob du jetzt Veganer bist oder normal, aber egal. Du wirst immer das Gleiche haben in einer gewissen Hinsicht. Lässt dir deinen Kaffee runter, fährst dann den gleichen Arbeitsweg, triffst die gleichen Kollegen, stehst dort wieder am Kaffeeautomat, gehst vielleicht in den Raucherbereich, um vielleicht mal fünf Minuten Ruhe zu haben. Und viele rauchen auch einfach nur, damit sie diese paar fünf Minuten Ruhe haben. Weil kein Mensch stellt sich als Nichtraucher einfach mal fünf Minuten in die Landschaft und macht Mietheim. Sowas passiert nicht. Viele flüchten sich in Süchte, um da einfach wegzukommen. Auch viele besuchen die Spielothek einfach mal, um mit ihren Gedanken nicht alleine zu sein. Von den ganzen Blinklichtern und Reizen noch mehr überfordert. Aber da denkst du nicht nach, da bist du am Tun. Deswegen haben viele Süchte in der heutigen Zeit. Und auch das nimmt zu, wenn jeder auf einmal die positiven Seiten des Lebens kennenlernen würde, sein Leben runterfahren würde und vielleicht mal einen Spaziergang einplanen oder so. Was wäre dann auf den Straßen los? Nein, wir schauen Netflix, gleichzeitig hängen wir am Handy auf Partnerbörsen, auf Jobbörsen. Wir haben eine riesen Liste an Sachen, die noch bewältigt gehören in dieser Zukunft. Und wenn du eine Liste hast, ist es ja schon mal gut. Wenn du diese Sachen nicht aufschreibst und nicht durchstreichen kannst, dann hast du sie dermaßen in deinem Kopf. Deswegen rate ich dir, eine Liste zu machen mit Dingen, die wirklich wichtig sind. Mit priorisierten Dingen und mit Dingen, die warten können. Weil für dich ist wahrscheinlich alles gleich wichtig. Ich brauche einen neuen Job, ich brauche ein neues Auto, ich muss einen Kundendienst machen und der Kater gehört zum Tierarzt und eine neue Freundin wäre auch nicht schlecht. Aber mit diesem Mindset ziehst du niemanden an, weil du selber mit dir so viel beschäftigt bist. Du musst lernen zu priorisieren, was wichtig ist. Und um das mit dem Ameisenhaufen weiter zu spinnen, Montag bis Freitag machen wir eigentlich immer die gleiche Sache. Jetzt sagen wir mal Arbeit, egal was du machst. Du kommst irgendwann nach Hause, hast dann Stress, weil du vielleicht noch ein Kind hast, weil du vielleicht Haustiere hast, weil du vielleicht ein pflegebedürftiges Familienmitglied hast. Weil dein Nachbar irgendwas hat oder weil du morgen eine Abgabe frisst hast, weil du vielleicht nebenbei noch was lernst. Duales Studium, was man nicht alles machen kann. Fortbildung neben dem Beruf. Und gleichzeitig findest du dich immer wieder hupend und genervt im Straßenverkehr an der roten Ampel. Keiner kann mehr Auto fahren, jeder ist überfordert. Jeder ist einfach nur drüber. Jeder zieht sich dann auch noch abends Tagesschau, Welt, alles mögliche an Nachrichten rein. Von mir aus schaust du auch selber auf YouTube, was auch genauso toxisch für dich sein kann. Ob du jetzt diese Darstellung siehst oder diese Darstellung. Ob du es jetzt bewusst nicht siehst oder du Freunde mitkriegst, ist es in deinem Unterbewusstsein. Und da spielt die heutige Zeit einfach brutal mit rein. Wir leben in einer Art True-Man-Show. Wir fühlen uns in einer gewissen Hinsicht überwacht. Gleichzeitig aber auch täglich grüßt das Murmeltier. Wir machen täglich die gleiche Sache. Und das überfordert die Leute. Viele machen Montag bis Freitag was, was sie gar nicht machen wollen. Was sie nicht erfüllt und was sie nicht voran blinkt. Sie stehen am Fließband und sortieren ständig die gleichen Standsteile in eine Gitterbox ein. Und die einzige Freude danach ist, hey, ich darf diese Gitterbox jetzt, wenn sie voll ist, mit dem Stapler wegfahren. Und wenn ich das geschafft habe, dann darf ich mir erstmal einen Kaffee holen. Den ich mir natürlich selber bezahle. Und das ist doch kein Leben. Das mag von mir aus Geld bringen, aber es ist stupide. Ich rede jetzt nicht davon, dass jeder sein Hobby und Traum zum Beruf machen kann und sollte. Aber du solltest in deinem Leben irgendwas haben. Und lass es auch, wenn du diesen Job hast, und es ist okay für dich. Dann hast du vielleicht ein kreatives, hobbymäßiges Leben danach. Dann hast du was, wo du dich darauf freust am Tag. Dann erfüllt dich das vielleicht ganz woanders. Aber du machst in der Regel Montag bis Freitag genau das Gleiche. Und um mit deinen Gedanken nicht klar zu kommen und weiterhin alles zu verdrängen und um dein Leben dir irgendwie schön zu reden, gehst du dann noch feiern Freitag und Samstag. Damit du dann den ganzen Sonntag verkatert und genervt, dass gleich wieder Montag ist, in deinem Bett verbringst und dieser Strudel ewig weiter geht. Und da müssen wir alle raus als Gesellschaft. Wir sind allgemein in einem Strudel, der nicht gesund ist. Wir hören jeden Tag Negativnachrichten. Wir haben jeden Tag die Angst, ob wir jetzt wirklich Krieg bekommen oder nicht. Was macht die Inflation noch? Wie geht der Wahlkampf in Amerika aus? Was ist bei uns mit der Regierung aktuell los? Der hat dieses Statement über den gebracht. Der hat die Aussage da gemacht. Der wird hier gecancelt. Das ist Vogue. Der identifiziert sich jetzt als Fuchs. Und was hast du nicht gesehen? Und da gibt es Leute, die passen sich dann einfach an und schlucken das alles und wollen das dann auch genauso weitertragen, weil sie meinen, so dazuzugehören. Aber somit wird auch dein Leben fremdbestimmt, wenn du irgendwann keine eigene Meinung hast, wenn du gar nicht mehr rausgehst oder wenn du einfach nur Trends hinterherjagst. Du brauchst nicht immer das neue iPhone, du brauchst nicht immer den neuen Seat, Cupra, Fermentor, was sich anhört wie der Nicer Dicer damals im Teleshopping. Du bist vielleicht zwei Wochen cool und dann hat es jeder. Und das ist keine Persönlichkeit mehr. Aber dieser Drang, die ganze Zeit mitzuschwimmen im Strom, mitzumachen, die neuesten Sachen zu haben, nicht von der Norm abzuweichen, der macht dich fertig. Du darfst von der Norm abweichen, du musst von der Norm abweichen, du bist ein Mensch, du bist ein Individuum mit seinen eigenen Träumen, seinen eigenen Zielen, seinen eigenen Hobbys und all das, was dich als Mensch ausmacht. Du darfst von der Norm abweichen, jeder Mensch ist einzigartig auf seine Art und Weise. Und du brauchst doch nicht in der heutigen Zeit glauben, dass du geliebt, respektierst und gut behandelt wirst, wenn du ein falsches Leben führst, ein Leben, was du nicht bist. So findest du nämlich auch keine Menschen, die zu dir passen, weil du selber nicht mehr du bist. Wir erleiden in der heutigen Zeit ganz schnell mal einen Realitätsverlust und einen Identitätsverlust. Was bringt es dir denn, nach Trends zu jagen? Was bringt dir das denn, jede Stunde Nachrichten zu schauen? Mach dir über nichts Gedanken, was du nicht beeinflussen kannst. Das ist einer der mächtigsten Sätze überhaupt. Die heutige Welt ist von Negativität geprägt, aber du kannst so vieles nicht beeinflussen. Und als sensibler, hochsensibler, empathischer Mensch, mach dir auch viel, viel mehr Zeug zu schaffen, was normale Menschen als viel mehr abgebrüht wahrnehmen können. Mir reicht schon, wenn ich auf dem Arbeitsweg eine überfahrene Katze sehe, dass ich wirklich traurig bin, weil ich mir denke, irgendwo steht gleich jemand auf, der sucht dieses Fellknäuel und es ist nicht mehr da. Und ich hatte diesen Moment ja selber schon viermal. Aber dann muss ich mir gleichzeitig wieder traurige Gedanken machen, weil in Australien gerade so und so viele Koalas verbrennen. Nachrichten sind so gestruckt, so strukturiert. Schaut euch den Film Nightcrawler an. Ja, ist wirklich interessant, wo die Reporter einfach vor der Polizei schon am Tatort sein müssen, damit sie die beste Schlagzeile der krassesten Fotos kriegen. Die kriegen Prämien für solche Fotos. Die Nachrichten müssen so dargestellt werden und es muss sich immer wieder übertrumpft werden, wie krass solche Schicksale gerade sind. Aber was macht das mit uns als Menschheit? Du merkst doch deine Symptome schon an dir selber. Du schläfst nicht gut. Du bist leicht reizbar. Du verlangst nach Ruhe. Du willst ab und zu einfach nur gefühlt, viele greifen dann auch auf Brokkoli oder ähnliche Sachen zu. Um nicht mehr nachzudenken. Du merkst schon. Um Ruhe zu haben. Sie meditieren. Sie ziehen sich Musik rein. Du brauchst immer mehr Zeug, um dich selber runterzufahren, weil du im echten Leben das nicht mehr erfährst. Hinterfrag dich hier vielleicht mal ein bisschen. Welcher Gedanke ist es wirklich wert, gedacht zu werden? Wenn du jetzt in Traumas steckst zum Beispiel, dann ist eine Therapie wichtig. Dann ist Aufarbeit wichtig. Aber du kannst manche Sachen nicht alleine mit deinem Gedanken losbringen. Sachen verfolgen dich. Aber lass nicht deine Gedanken dich wirklich verfolgen. Wach nicht in der Nacht mit Panikattacken auf und wahrscheinlich kennst du die auch inzwischen schon. Aber warum? Es ist doch so egal in Wirklichkeit. Wir sind in einem riesen Universum. Wenn du mal schaust, wo dein Punkt ist, dann will ich gar nicht wissen, wie groß dein Problem ist. Die Welt ist für mich völlig auf dem falschen Weg. Die Welt ist eigentlich für uns ganz was anderes da, aber das können wir als Menschheit verändern. Wir als Menschen müssen nicht da mitmachen. Wir als Menschen müssen uns nicht täglich stressen. Vor allem nicht von Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Wenn du jetzt in Edeka gehst und deine Lieblingsmusik kostet statt 2,49 auf einmal 3,79. Dann kannst du dich jetzt den restlichen Tag darüber aufregen, aber du musst ja essen. Und was willst du dann auch machen? Du kannst es nicht ändern. Wir alle haben diese Probleme. Glaub nicht, dass der Heinz da drüben dieses Problem nicht hat. Glaubst du, dass die Jenny da drüben dieses Problem nicht hat? Und genauso, dass er sein Leben im Griff haben. Meinst du, dein Nachbar hat sein Leben im Griff? Meinst du, dein Vorgesetzter hat sein Leben im Griff? Der verdient vielleicht ein bisschen mehr. Der muss vielleicht auch nicht so hart arbeiten wie du, aber keiner hat sein Leben im Griff. Jeder zeigt dir nur, dass er sein Leben im Griff hat. Jeder will dir nur Glauben machen, dass er sein Leben im Griff hat. Und da kommt auch Social Media ins Spiel. Du scrollst jeden Tag, stundenlang wahrscheinlich, durch Social Media. Und auch das kann eine Sucht werden. Und da siehst du perfekt gestylte Menschen an perfekten Orten mit 100 Filtern und vielleicht noch KI drüber. Aber in Wahrheit sind diese Menschen nicht so. In Wahrheit haben sie ihr Leben auch nicht im Griff. Und in Wahrheit sehen sie auch nicht so perfekt aus. Jedes Topmodel steht in der Früh auf und hat auch erstmal Augenringe und... Weißt du? Die pupsen keine Rosen. Sowas geht nicht. Also dein Leben ist genauso wie jedes von jedem anderen hier auf dieser Welt. Wir haben alle aktuell die gleichen Probleme, die uns beschäftigen. Natürlich ist Geld eine Rolle, aber wenn Geld dein Lebensinhalt ist, weiß ich es auch nicht. Ich kenne das von damals, wenn du ein Auszubildender bist oder Zivildienst habe ich gemacht, da hast du nicht viel verdient. Ist schon klar. Aber du warst gefühlt viel glücklicher als jetzt. Das mag von mir aus jetzt die damalige Zeit vor 10, 15 Jahren gewesen sein. Eher 15, aber gefühlt bist du viel mehr klargekommen. Du bist einfach mal eine Stunde zum McDonalds gefahren, um dir zwei Cheeseburger zu holen, damit du einen kleinen Ausflug gemacht hast. Heutzutage überlegst du dir jede Fahrt. Das ist leider so. Aber dann hast du vielleicht 700 Euro gekriegt in deiner Ausbildung oder Zivildienst. Und irgendwann kriegst du dann mal 1,5. Und denkst dir, wow. Aber ab hier gibst du schon wieder nicht mehr so viel Geld aus wie damals. Weil ab jetzt könntest du ja was zur Seite legen und weißt du, wie ich meine. Und dann geht es immer so weiter. Dann denkst du dir, hätte ich jetzt 5.000, wäre mein Leben ein anderes. Dann hast du die 5.000. Dann denkst du, ja, 10.000 würden das mein Leben ändern. Dann hast du die 10.000. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Man ist nicht zufrieden. Man ist nie final zufrieden. Du musst den Frieden und den innerlichen, den innerlichen Frieden, den musst du bei dir selber finden. Es gibt Leute, und das finde ich so schön, die sind auch ohne Geld glücklich. Und da kann ich dir gerne ein Beispiel noch erzählen, wenn ich es darf, wenn du kurz noch Zeit hast. Ich bin gerne in Amerika. Und auch hier mache ich Low-Budget-Urlaub. Und ihr seht schon, wie ich mich rechtfertige. Weil ich halt einfach gerne im Urlaub simple Sachen mache, wie Fotografie und Spazierengehen und Tiere beobachten. Co-Tiere beobachten. Es geht jetzt um New York. Ich war in New York, die damals zeitigste Stadt der Welt. Und ich bin zu U-Bahn jeden Tag die gleiche Station losgefahren. Und da war jeden Tag der gleiche Obdachlose gesessen. Und er hat in die Gegend gerinnst und war glücklich. Und ich dachte mir immer, der nimmt irgendwelche Drogen. Und dann hat meine, also da, wo ich gewohnt habe, die hat mir dann erklärt, der sitzt schon seit über zehn Jahren da. Und das ist ein früherer Spanier. Und der ist eigentlich völlig im Reinen mit sich und völlig glücklich mit dem, was er macht. Und ich wollte das verstehen. Deswegen dachte ich mir dieses Mal, ich bin eh den letzten Tag da. Ich habe noch eine U-Bahn-Karte, die geht noch vier Tage. Und bevor ich die wegschmeiße, gebe ich sie ihm. Und das nutze ich einfach, dass ich ein kurzes Gespräch mit ihm habe. Also bin ich da hinspaziert. Das war in Jamaica Queens. Ja, es ist keine sehr sichere Gegend. Spielt nicht so Rolle. Und habe mit ihm geredet. Und dann hat sich gleich voll gefreundet. Und er so, ja, ich kenne dich. Wie, du kennst mich? Ja, du bist fast jedes Jahr hier. Ich kenne dich. Du gehst hier jeden Tag so und so um die Uhrzeit vorbei. Und kommst dann mit Rucksack oder so wieder zurück. Ich kenne dich. Und ich so, ich kenne dich auch. Ja, schön, dass wir mal reden. Setz dich doch mal zu mir. Dann habe ich mich zu ihm gesetzt. Und ich sehe schon gegenüber, lauter so mit Fentanyl oder was auch immer die genommen haben. Die halt wirklich, oder Alkohol, die halt wirklich drauf sind. Und er war halt nüchtern. Und sitzt da und isst so einen Hähnchenflügel. Den hat dem wahrscheinlich irgendwer anders gegeben. Und ich so, ich habe eine Frage an dich. Sag ich, du siehst hier jeden Tag gestresste Menschen in New York. Ihr wisst, was da los ist. Stress pur. Es liegt was in der Luft. Und du lässt dich davon gar nicht beeindrucken. Nee, sagt er. Dann ich so, du bist hier in der teuersten Stadt der Welt. Und du könntest jetzt von mir aus wenigstens New Jersey, also andere Flussseite. Oder ein paar Häuser weiter, ein paar Straßen weiter. Oder ein paar Orte. Oder von mir aus einem Bundesstaat weiterleben. Wo du mit viel weniger Geld viel besser leben könntest. Ja, das weiß er. Dann ich so, warum machst du es denn dann? Er findet es schön. Er findet es schön, einfach nur hier zu sitzen. Er lebt sein Leben lang im Moment. Er schaut sich die Menschen an. Und das ist für ihn Erfüllung. Einfach nur glücklich zu sein. Er glaubt an Gott. Er glaubt an Jesus. Er glaubt an all das, was im Leben gut läuft. Und er will in dieser Sache nicht mitspielen. Nicht, dass er jetzt mit Absicht pleite wäre. Aber er mag allein schon diesen Vibe, der in dieser Stadt in der Luft ist. Die Freundlichkeit von den Menschen. Das Mitgefühl. Und alleine diese Gespräche, wie wir beide jetzt gerade hier führen. Und da war mein Punkt so, ich mache mir viel zu viel Stress, wo es mir doch eigentlich so gut geht. Und eigentlich verfluche ich diesen Satz, wenn es immer heißt, uns geht es doch so gut. Oder das haben wir immer schon so gemacht. Aber fahrt euch alle mal ein bisschen runter und konzentriert euch aufs Wesentliche. Ich habe ihm dann diese U-Bahn-Karte gegeben und habe gesagt, dann kannst du wenigstens das World Trade Center mal in echt sehen. Einfach so, weil ich nicht wusste, was er sehen will. Und da hat er wirklich Tränen in den Augen und hat mir ein schönes Leben gewünscht und er wird für mich beten. Und solche Momente erden mich einfach. Weißt du? Ich will nicht mehr jeden Tag aufstehen und meine 20, 30 Sachen im Kopf haben, die ich machen muss. Diese ständige Unruhe. Dieses da anfangen und da anfangen und das nicht fertig kriegen. Und Struktur. Aufschreiben. Leben runterfahren. Und ja, dann müssen wir vielleicht auch mal meditieren. Es sollte auch jeder sein Suchtverhalten hinterfragen und ein, zwei Tassen Kaffee am Tag ist gut. Aber mach dir nicht selber Stress wegen jeder Sache. Es kann passieren, dass du einfach nur an einer Straßenkreuzung stehst und es kommen fünf Autos von links und acht von rechts. Und du bist ein, zwei Stunden deswegen abgefuckt. Du denkst dir, die sind wegen mir losgefahren, ich schaff's schon wieder nicht pünktlich oder solche Sachen. Das Leben passiert. Wir stecken alle in dieser gleichen Sache drin. Wir sind alle müde. Wir sind alle fertig und wir würden alle gerne da raus. Aber raus aus diesem mentalen Zustand. Nicht raus von dieser Erde. Es kann ein wunderschönes Leben sein, wenn du merkst und aussortierst, was alles toxisch für dich ist. Das ist von mir aus dein Partner. Das ist von mir aus die Familie. Das ist von mir aus dein Arbeitgeber. Oder es ist dein Wohnort. Aber irgendwas muss sich verändern, damit du in deinem Leben wieder Ruhe findest. Komplett. Und nein, das geht auch nicht von heute auf morgen. Hab keine zu großen Erwartungen ans Leben. Hab keine zu großen Erwartungen an dich. Nimm die Sache in die Hand und rechne auch mit Rückschlägen. Weil jeder Rückschlag haut dich normal wieder in deinen Gedankenchaos und haut dich wieder einen Schritt zurück. Aber überleg mal, wenn du das zwei Schritte nach vorne machst und irgendwann machst du dann einen zurück, dann bist du immer noch einen Schritt weiter, als du es davor gewesen wärst, bevor du es überhaupt angegangen bist. Und so musst du die Sache sehen. Das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und jetzt nimm dir Me-Time und überleg dir, was mache ich aktuell eigentlich. Aber auf eine gesunde Art und Weise. Und dann fang an, aussortieren und an deinen Zielen zu arbeiten. Sammle kleine Erfolgserlebnisse. Du musst nicht immer die großen Sachen angehen. Es passiert nichts von heute auf morgen. Es passiert nichts von jetzt auf gleich. Und es wird auch nichts einfach. Aber kleine Erfolgserlebnisse zu sammeln, können die große Vision wahr machen. Überlege positive Affirmationen. So wie du abends ins Bett gehst, so wird dein nächster Tag. So wie dein Mindset ist, so wird die Sache passieren. Wenn du immer wieder positive Sachen im Blick hast, im Ziel hast, im Kopf hast, in deiner Einstellung hast, dann ist es viel wahrscheinlicher, an diese positiven Sachen zu kommen. Aber wenn du dauernd sagst, der ist schuld, das ist schuld, deswegen blabliblub Ausreden suchst, dann passiert genau das, was immer schon passiert ist. Weil du in diesem Loop stecken bleibst. Und somit machst du dir selber dein eigenes Leben kaputt. Denk da vielleicht mal ein bisschen länger drüber nach. Ich will dich nur motivieren, deine Gedanken mal endlich ein bisschen umzupolen. Auf diesem Weg bin ich jetzt gerade. Und da machen wir auch gerne weiter. Wenn dir die Videos dieser Art gefallen, sag mir das gerne. Schreib mir das gerne drunter. Auch eure Erfahrungen, eure Gedanken. Als Community können wir wachsen. Und deswegen bin ich hier. Hier geht es um das positive Mindset. Hier geht es um mentale Gesundheit. Und hier geht es vor allem auch über die Aufklärung über Narzissten. Also wenn du an einen geraten bist, dann schau dich gerne auf meinen Kanal um. Das hat keiner verdient. Also, wir hören uns und bis bald. Ihr seid alle klasse. Peace.